Mr. Freako! Wir machen einfach mal. Fahr mal hier hin. Route festlegen. Oh, ganz schön weit. Egal. Aber mit unserer fetten Karre stimmen, daran erinnere ich mich. So, let's go, man! Auf geht's! Ehrlich mal wieder sitzt ihr in Rennen fahren hier. Drive me crazy! Wer kennt's noch, dieses abgefuckte Lied? Was haben die denn? Jo, ne, die rasten ja auch richtig durch hier. Machen wir doch. Können wir da nicht querfeld ein? Ne, da ist ne Mauer. Ah doch, hier können wir ein bisschen rüber fetzen! Yes! Wow, shit! Wuhu! Geil! Ja, so fährt man hier heutzutage. Ach, da können wir direkt zu den anderen noch fahren, das ist ein bisschen näher. Ja, wir kommen eh dran vorbei. Fahren wir einfach da hin, scheißegal. Bleibt sich alles Banane, ne? You drive me crazy! Oh, alter! Was ist denn da los? So, komm, wie kommen wir da jetzt hin? Müssen wir da runter. Na los, Minot, aus dem Weg. Fahren wir kurz hier runter, scheißegal. Jo, wie soll man da denn lang kommen? Ah, diese Blumen, ja. Ah, das riecht gut hier, das Blumenfeld. Mann, jetzt fahr doch da hin. Oh man. So, da wollte ich hier mal sitzen. Schadenkontrolle. Gucken, was das ist. Fahren Sie nach Cisteron, ohne den Königseckeria zu demolieren. Wahrscheinlich auf Zeit, irgendwie, ne? Okay, ja, 1,1 Minuten für 30. Und so, los geht's! Junge, nicht mit 3, 2, 1, sondern direkt zack, los geht's hier. Egal, schaffen wir. Nur 4 Kilometer, das schaffen wir. Locker, voll easy. Können wir hier auch rumfetzen. Shit. Uha! Ah! Achso! Okay, es geht ruhig, es geht noch weiter. Da oben ist ne Schadensleiste. Erst wenn die voll ist, haben wir verkackt. Also, noch alles easy hier. Sag ich ja, voll einfach. Viel zu einfach hier für uns. Oh shit, oh shit! Uh! Ah! Wow. Okay. Wow. Das geht doch voll klar. Zwei Kilometer noch. 40 Sekunden. Schaffen wir. Locker! Können wir mit 300 km h hier lang knallen. Jetzt könnte mal ein schöner Blitzer kommen hier. Ja, guck mal. Locker, oh oh. Locker, Baby! Yes! Geschafft! Da sind wir. Können wir das Auto jetzt behalten? Sie haben das Ziel erreicht. Okay. Bekommen wir das Auto jetzt geschenkt? Das wäre doch richtig sexy lady mäßig. Das ist gut. Junge, raste aus hier. Er rastet richtig. Wie kommen wir da jetzt hin? Ey! Oha! Ivanovic, Junge! Ja, da wollte ich hin. Komm, der Blitzer! Blitzer! Neuer Rekord! Komm schon! Yes! Oder? War auch top neuer Rekord hier. Wo ist die Tafel? Ach, wieder unterhalb irgendwo. Yes! 300 kmh! No problem! For me! Oh shit! Oh shit! Boah! Gut eingeparkt. Aber leider müssen wir weiter. So. Oh ja! Oh geil! 1 cm oder 1 Meile? Yeah! Oh! Falsch! Gefahren! Scheiße! Voll nicht drauf geachtet! Holy shit! Man! Come on! Ok. Direkt zweimal schönes Foto gemacht. Ok! Up here! schöner drift auf dieser dreck fläche ich habe schon ein neues game rausgesucht habe ich schon mal erwähnt nach diesem spiel hier wenn ich das denn durch habe kommt sich schon ich habe es noch nicht eingelegt aber das wird dann kommen da habe ich dann auch bock drauf also auf ein neues nächstes rennen game so was ist hier los wenn ich dritte der nicht gewinnt zeigen sie im nissan gta 12 ihre drift fähigkeiten okay das kriegen wir doch bestimmt hin das ist eine dritte herausforderung du musst das auto hinten möglichst viel ausbrechen lassen du darfst in seinem auto fahren hier geht es ums können und darum unter druck cool zu bleiben schlage sein ergebnis und das auto gehört uns aber lass dich nicht unter druck setzen ziel 7 ok was soll das bedeuten ziel 7 7 drifts oder was haben wir jetzt das war schon einer scheint nicht aktuell 0 ich habe schon was gemacht hier ich nicht aber jetzt acht großartige müssen wir machen zwei schon steht das wird aber ganz schön schwer würde ich mal behaupten ob wir ein hier nein komm 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 ja 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 der ist gut so viel schon geil vielleicht schaffen wir es noch gerade so es wäre ganz geil go 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 yes 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 der war doch gut das war doch ein drift verdammt man wurde ich gezählt okay jetzt kommt schön rum 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 yes yes kommt ja 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 noch ein noch ein okay ein noch jetzt die letzte chance die letzte chance für ein sexy drift und haben wir jetzt baby ja letzten kurve haben wir es gerissen ich bin am fuhrpark rein hier los hammer geiles teil einsteigen oh yes baby da gibt es wieder rennen weitere veranstaltungen schau sie dir mal an vielleicht findest du noch mehr von unseren autos jetzt da will ich hin schau rennen oh geil okay da will ich hin 9 kilometer schönes teil oder geht geht eigentlich voll klar oh der hat auch richtig speed der hat speed leute ich sag's euch komm und jetzt mal den blitzer da hinten über 300 oder über 300 kam er das schaffen wir locker alter der geht ja übelst ab man scheiße 340 alter shit man sogar den rekord geknackt von denen scheiße geil man heftiges teil ich stehe auf den scheiß wir sind wir ja ruckzuck da was jetzt los tempozone oh yeah komm wo ist die stelle komm schon ah nein voll abgekackt übelst abgekackt scheiße trotz neuer rekord ich wollte mir doch das ding ins holen hier come on scheiße so mein gott das wollte ich mir holen bonus tafel oh man voll schrott auch wieder blitzer man das kostet immer echt wäre das echt so da wären wir schon alle arm also hier lang geil 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 da sind wir wow nissan express werden sie erster um den mclean pre 1 zu erhalten und halten sie nach dem horizon express ausschau ja das hört sich doch geil an ich werde mich gleich erstmal zum fitness begeben heute mal wieder richtig ausrasten und in zwei stunden bin ich ja wieder zu hause und dann bin ich fix und fertig wahrscheinlich mal gucken entweder bin ich nach dem sport und mache ich dich kaputt oder dann gerade dann bin ich erst richtig fit und geil drauf ich habe manchmal manchmal so ne tage manchmal so ne tage ok also bloß nicht verlieren sonst ist mein auto weg das wäre nicht so geil deswegen hier let's go wow müssen wir jetzt reißen da werden wir bestimmt hinkriegen ah scheiße ah ok wow alter wow ok zurück scheiße das war nicht so geil ok hier starten kacke alter woher wir fliegen aber übelst scheiße wow alter was ist das oh man scheiß oh nochmal gerade so gerettet hier scheiße das ist eine heftige strecke hier müssen wir aufpassen das ist sandig hier fetzen wir echt weg ey ich will nicht verlieren ich bin grad vierter oder so ich werde zwar als erster angezeigt aber stimmt ja nicht kann ja nicht stimmen hier vierter genau alter auf der strecke ist es echt schwer irgendwie scheiße komm schon ran jetzt hier gas oh wow wow jetzt haben wir die chance wann kommt die nächste kurve ich weiß es nicht wow ok den p1 haben wir schon mal oh wir sind erster ok let's go wow shit 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 wow okay wir haben's helft der strecke ist durch jetzt nochmal chillig bleiben hier wow scheiße scheiße nein ah das war nicht gut nein komm weg mit dir scheiße komm schon ruhig alter ich zerstör mein ganzes fucking auto das ist schon so schrott hier wieder eine kurve vorsicht dann hier wieder alles im griff bremsen 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 shit man hier bremsen wir haben's gleich jetzt gas baby fahr 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 wir gewinnen sogar gegen den scheiß zug block stuhl mein stuhl so behindert da kann ich doch direkt meine coole samml nicely aufsetzen jetzt bin ich geiler m calories besitzer Oh, yeah, man. Jetzt bin ich rich, bitch. Oh, man. Tja, er wollte ja auch Fahrzeugbriefe fahren. Dann bist du wohl der neue Besitzer. Sag ich ja. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. That's my style. Okay. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Fallout 2 presents Fast and Furious. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, die ihr bei eure Mr. Freakko. Also, haut rein. Bis dann. Ciao.